Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Ori and the Blind Forest in der Definitive Edition. Wir sind am Speicherpunkt, wo wir letztes Mal gespeichert haben und haben schon zwei Torsteine eingesammelt. Wir haben immer noch das eine Kartensteinfragment, wo das hinkommt, weiß ich nicht. Wir müssen auf jeden Fall hier noch weiter nach oben. Vermutlich irgendwo hier... Wir müssen auf jeden Fall den Stein der Üben bekommen. Auf jeden Fall, ich spiele es einfach hier mal. Ich weiß, eigentlich, ich bin voll blöd. Okay, ich muss die Stolme wieder lernen, dass zum Beispiel jetzt R.A.T. das... Das wollte ich nicht mal. Na guck mal, hier kommen wir zum Beispiel auch hoch. Vielleicht die Natzen mich ja auch. Guck mal, hier gibt es Leben. Machen wir mal ein Safegang, ich schau mal kurz, was hier oben ist. Ich glaube, da war es sogar letzte Folge schon mal. Wir müssen auf jeden Fall hier rüber kommen. Das machen wir mal, indem wir hier mal einen Speicherpunkt machen. Nein, Ori, ich mache das immer falsch. Sind wir da nicht hergekommen? Da ist ein Kartensteinfragment, das ist eine da oben. Okay, warte mal, warte mal, warte mal. Alter, bin ich blöd. Speicherpunkt bei der unten sitzen. Regel. Oder das ganze Spiel auf ein Leben. Ich habe es schon oft genug erwähnt. Ist nicht die Welt. Also Moment, ist die Welt. Leute, ich bin... Meine sind beide gleichzeitig aus, ne? Können wir uns gleich sterben lassen. Auf jeden Fall darf ich auch nicht runter in die Luft... Äh... Was mache ich denn die ganze Zeit? Machen wir diese Attacke? Ja, bin ich denn blöd? Was drüge ich denn? Für die Attacke muss ich ja nach unten drücken und... Dann speichern wir hier kurz. Warten, bis das Ding hier rum ist. Der hat mich gekillt, bevor er down war. Okay, wir können dreimal prügeln. Der kann ich sogar durch. Fuck. Wir prügeln auf... Äh, mit dem Stampfen... Stampfen wir auf ihn ein. Und dann... Ich bin so inkompetent. Okay, ich bin viel zu blöd. Zum Glück haben wir nur den Checkpoint. Was war denn jetzt zu üben nochmal? Was war denn überhaupt der Rechts hier von uns? Ah, da ist das Tor, wo wir hin... Müssen. Ich will auf jeden Fall den Checkpoint nicht weiter unten setzen. Aber das ist nicht schwer. Sonst war ich schon wieder da. Jetzt stampfen wir. Können wir nochmal stampfen. Das ist nochmal, kann ich einfach... Äh, Nummer 3, also Ding Nummer 3. Du wirst hoffentlich was gemeint ist. Okay, und das andere Ding ist hier oben. Wie kommen wir da aber hin? Vermutlich, da oben ist ja die Absperrung. Also ich meine das hier. Die Absperrung. Oder gibt es hier ein Versteck? Können wir hier was machen? Nein, es kostet alles 2 Stunden. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Vermutlich jetzt der Schweifpunkt genau da. Neuer Speicherpunkt machen wir mal hier hin. Moment, es kostet jetzt 4 Energiepunkte. Das sind noch gar nicht die Dinge. Das ist ein Energietor. Speichern. Das habe ich nicht gesehen, dass das ein Energietor ist. Ja, dann ist die Sache natürlich wieder mal komplett anders. Wir schauen uns mal, was uns erwartet. Wir haben hier... Okay. Okay. Ich glaube, wir haben eine Grenze, wo wir maximal hin können. Auf jeden Fall nicht nach unten. Scheiße. Ey, was? Das bringt mir irgendwie noch nichts. Das fehlt mir irgendwie auf Fähigkeit oder sowas. Gut. Also hier. Ich glaube, ich nix war... Ich will ja nicht weiter zurück. Ich will diesen... Stein da oben bloß haben. Was, wo ich dann damit hin muss, das weiß ich auch noch nicht. Wann ist der nochmal? Ach, genau. Oh, läuft. Okay. So, ich muss hier... Muss ich da noch weiter hoch? Noch das hin? Okay. Muss auch auf jeden Fall da rüber. Hier üben geht es nach nichts. Ich muss hier hoch. Ich habe jetzt absolut keine Ahnung. Also ich weiß, dass ich das Energietor offen habe. Da unten müssen wir hin. Ich glaube, da kam man nicht hoch, ne? Aber wir müssen auch mal den Wind, ne? Pass mal auf. Und wir müssen mal auf Select drücken, ne? Dass wir mal das Ding verpassen. Wir müssen eigentlich ganz... Lol. Ach, der Aufstieg war nicht mal so geil. Und es wird immer schmäler da unten. Alter, bin ich blöd? Warum mache ich mal... Warum mache ich mal diese Attacke? Bin ich zu blöd, Tasten zu drücken? Das ist einfach nur... Wir fallen ja automatisch nach uns. So ist es ja nicht. Ich zweifle wirklich, dass das was miteinander zu tun hat. Aber ich gehe doch hier direkt auf. Aber ich muss doch hier hochkommen. Ne. Unmöglich. Also mit dem Tuch... Äh, mit der Feder probieren. Ne, also hier komme ich auf jeden Fall nicht hoch. Hier auch nicht. Wenn ich jetzt hier hochgehe, hier ist es versperrt. Hier komme ich nicht hoch. Da komme ich nicht vorbei. Da ist das Fragment. Hier oben komme ich auch nicht vorbei. Hier oben auch nicht. Ist alles versperrt. Ich muss jetzt das Kartensteinfragment einfügen. Da muss doch irgendwo das Ding dafür sein, oder? Hier unten ist so ein Speicher-Ding. Wollen wir mal da Rinder im Nebel-Forest. Ganz Rinder. Müssen wir halt ganz... Ach du Scheiße. Man gönnt sich ja sonst nix. Warte mal, mir wird irgendwas auf der anderen Seite angezeigt. Ach so, das eine. Okay. Da wieder hochzugehen wird halt ewig dauern. Okay, das kann es natürlich lustig werden. Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich hin muss. Okay, so jetzt einfach geradeaus durch. Versuche nicht drauf zu gehen. Nicht nochmal von ganz oben. Ne. Ich habe nicht nochmal runter, obwohl ich hier natürlich diese... Kugel... Oder muss ich irgendwas erlernen? Ach so. Aber das ist doch auch assi. Den Sprint... Vielleicht muss ich das machen. Den Sprint in der Luft zu benutzen. Aber das ist doch echt assi. Sonst muss ich hier hochkommen. Das muss ich mir anzeigen. Dass ich das wirklich abgeräuten muss. Ey, was macht das denn da oben? Das verstehe ich sowieso nicht. Vielleicht den Typ gerade gekillt. Okay, so alter Standardspeicherpunkt. Ich komme. So, da oben ist der noch. So, ich habe absolut keinen Dunst, wie ich an das Ding links komme, wo es neben mir ist. Das habe ich nicht gesehen. Das ist... Das ist... Da unten, da oben ist der Ball. So cool, so Strohkuh. Ich raffe es nicht, wie ich da hinkomme. Da läuft ja auch einer rum. Das ist aber dunkel, ne? Ich muss... Mal eine Etage runden. Fuck. Was ist das? Kommt da... Moment, 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 Moment. Das ist doch hell. Mann, der killt mich aber nicht. Jetzt hat er gleich, wo ist das ganz genau. So, die Frage ist jetzt trotzdem, wo muss ich denn jetzt hin? Das bringt mir jetzt auch nichts. Manchmal weiß, wo ich die Tür öffnen kann. Mit den vier Steinfragmenten. Wir haben es ja alle gefunden, das ist schön und gut, ja, ja. Das ist wirklich schön. Wir haben hier mal ein Savegame. Wir müssen auf jeden Fall rechts, äh links rüber, weil da geht es hoch. Gut, das ist schön, dass wir draufgegangen sind. Nicht. Muss ich noch irgendeinen Weg geben, wo... Da waren wir schon. Da gehe ich auch nicht nochmal hin. Da gehe ich doch auch nochmal hoch. Okay, jetzt sind wir hier. Jetzt speichern wir. Vielleicht kann ich jetzt... Vielleicht kann ich jetzt da hoch. No. Ich muss die Tür erst zurück an. Wenn ich jetzt halt noch wüsste, wo die steht. Wo ist... Die sind halt mal eingezeichnet. Wo sind wir nochmal Kamerale... Äh, Kartenlegende. Sehenverbindung, Stammbaum, Kartenstein. Geistertor. Ja, genau. Ich brauche das Geistertor. Ist das da hinten eins? Ne, zerstörbare Wand. Zerstörbare Wand... ...heißt aber auch... ...für mich da oben... Ich kann die Dinge... Ich kann die Dinge... Ach, die muss ich auch von oben zerstören. Ach stimmt, ich kann mich gerade erinnern, da war irgendwann mal was. Das sind diese so Energie-Toren mit vier Stück. Das kann... Habe ich da schon gerade eingebaut? Wahrscheinlich, ne? Ist die Waldsenke, da war ich ja schon. Wir sind auf jeden Fall weitergekommen. Dass ich das nicht sehe. Vielleicht müssen wir da unten weiter. Lass mal... Da, wo man... Oh, wirklich doch. Hä? Ach doll. Du musst die Tasten rumdrehen. Du gehst mir so auf den Sack, ne? Du musst halt die Tasten rumdrehen, wenn du da runter willst. Du musst den... ...erst links Ding und dann A drücken. Bei der Stampf-Ding ist es genau andersrum. Dann brauchen wir jetzt nicht mehr einen Speicherpunkt. Weil ich muss doch jetzt mal safe da hochkommen. Kann ich links an die Wand? Ich muss auf den Stein hoch, aber hundertprozentig. Oh, doch, ich kann die Steine benutzen. Jetzt lasse ich meinen Magen sowieso schon. Das hat halt mal geplant, Mama. Was muss ich denn hier machen? Das ist grad, merkt, wie ich verstand, was ich hier mache. Bin ich gekillt? Ich katsche mich an Scheiß, zu was ich bin. Ich hoffe, ich hab gespeichert. Jawohl. Kartenstein. Ich hab's... Alter. Was gefunden. Jetzt bin ich gespannt. Gib mir die Map nach oben. Oh, what the fuck. Wir sehen hier links vier Kartensteine für das Tor oben. Wir sehen zwei Kartensteine rechts. Dann haben wir hier noch ein Tor. Da wieder so ein Ding zum... Wo wir eine Special-Fähigkeit bekommen. Da müssen wir wieder hoch. Okay, das wird da reinzoomen jetzt. Wir müssen jetzt... Jetzt kommen die ganzen Dinger hier zerstören. Und dann... Da oben ist noch was. Warte mal, sind wir da grad? Über uns, über dem Speicherpunkt ist noch irgendwas. Was? Ach komm, du so eine Hure. Warum komme ich mit diesen Scheißviechern nicht klar? Einmal anschießen. Einmal auf den Boden stampfen. Da hinlaufen, auf dem... Auf den Boden stampfen. Hauen, hauen, hauen. Und auf den Boden stampfen. Okay, die Frage ist doch jetzt. Wie komme ich jetzt da hoch? Das ist doch ein Kartenstein, oder? Okay, aber das ist jetzt mal... Ah, wie komme ich denn jetzt da runter? Heil. YOLO. Das ist nicht möglich für mich. Jetzt weg. Das ist nicht getroffen. Wir haben kein Leben mehr. So, jetzt pass mal auf. So, okay. Jetzt sind wir wieder hier. Es gibt aber auch keinen Weg, hier weiter zu kommen. Ich kann hier nicht hoch. Ich kann nicht nach links. Auf beiden Seiten. Ich kann unten nicht nach... Also hier unten kann ich nicht nach oben. Das ist schön, dass ich hier alles sehe. Da habe ich irgendwo... Ach, guck, bin ich blöd, ey. Ich kann... Oder ich habe wieder was vergessen, was ich wieder... Das ist ja auch... Das müsste ich ja mal hier unten probieren. Lass mal sterben. Das sind Kartensteine... Ach, dass man die Steine da mitnehmen kann. Ey, das muss doch erstmal alles wissen, dass man das machen kann. Muss ich dadurch da filmen. Du fällst wieder auch noch vom Himmel. Alter, der nimmt mich sogar noch mit. Ich bin drauf. Ich wurde rasiert. Das kann ich doch eigentlich... Dadurch, dass das nicht funktioniert hat, müssen wir uns leider killen lassen. So, lass mal du... Aber die Wand geht ja so. Dann komme ich hier nicht hoch. Außer beim Geheimgang. Weiß nicht, ob da... Hä? Ich dachte, da wäre was auf der Map, wo es angezeigt. Auf jeden Fall ist hier... das Tor, wo ich durch muss. Also, muss ich auch da oben durch. Weil hier war die vier Stück. Das ist ja ein vierer Tor. Sieht man ja, an den vier Strichen. Dann kann ich nämlich die beiden Dinger unten zerstören und kann hier über links meinen kompletten Weg machen. Das ist ja logisch. Aber ich muss dafür... Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ja, ja. Genau, das habe ich mir gerade gedacht. Weil sonst würde das Ding dann immer vom Himmel runterfallen. So, und jetzt können wir das Tor hier aufmachen. Das war eigentlich echt Logo. Logisch. Aber du musst das mal draufkommen. So, endlich. Eins, zwei, drei, vier. Wir kommen weiter in dem Spiel. Ich glaube, wir hatten 57% habe ich vorhin gesehen. Ich weiß doch jetzt hier eher, was gibt es alles zu holen? Alter, schießt ja weit. Ich habe mich vollgetrunken. Ah, ist er down? Ist er down? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hier ist man... Ich kann nicht speichern. Gibt es hier irgendwo einen Edelstein? Nein. Das ist ja kein Problem für uns. Weil wir hier nicht in die Spikes kommen. Muss er hier irgendwo einen Edelstein geben? Also ich glaube, oder der droppt jetzt einen. Ist hier noch irgendwas, weil der Hausbuchtung ist? Nö. Ich habe mit dem Leben ja nichts zu tun, was ich hier alles habe. Also vielleicht schon ein bisschen... Aber ich brauche hier einen Save-Point. Da muss ich mit einem Sprung durch. Ich glaube, ich habe sogar einen Ding... Ich habe einen nicht rausgekommen. Irgendwas hat er... LOL. Der hat aber so ein Ding getroppt. Der hat halt jedes Mal die Tür aufmachen muss. Das kotzt schon ein bisschen an, muss ich sagen. Was willst du machen? Der ist aber jetzt schießt mit seinem Scheiß-Gift-Ding an da. Wieder keins dabei, aber... Wir müssen auf jeden Fall mit Doppelsprung durch. Und was kommt denn dann da unten überhaupt? Das ist auf jeden Fall echt einfach, da durchzukommen, bloß ich... Ich bin zu blöd dafür. Ich muss doch bloß... Ich muss hier durch und wenn ich noch 10.000 Versuche brauche. Und wir gehen dann schon da drauf. Boah, das ist... Also das riecht mich auf, dass ich das jedes Mal neu machen muss. Obwohl das hier nicht mal so schwer ist. Wir bekommen ja sogar hier oben, also hier oben links... Ne, noch... Ach, da bin ich voll neigelassen. Ach, genau. Ich habe eins getroppt bekommen. So, hier speichern ist... Wenn ich jetzt X und B verwechsel, mache ich genau verschiedene Tasten. Leute, alle Leute. Du sollst doch da weg. Ich habe mich schon safe gegeben. Ja, machen wir. Wir haben jetzt wieder drei Stück. Wir kommen in den nächsten Mal. Nein, ich bin ein worryabsiniger. ... ... erst dann.